Ich bin Nejiat, ich bin 17 Jahre alt und halte 18 Jahre alt. Eine meiner größten Leidenschaft ist, wenn man das E-Gitarre spielt. Ich will es auch, das Ding gut zuhämmern. Du schaust auf jeden Fall deine Schuhe aus, weil das Auto ist überall happy. Heute konnte ich auch feststellen, dass Handball nicht zu mich ist. Ich habe voll viel gelaufen und das mache ich nicht so. Ich war heute im Jugendtreff. Mir hat es hier sehr gut gemacht. Wir haben uns gut gefallen, viele Freizeitangebote wie Tischtennis, Tischkicker, Billard. Heute Abend gibt es bei uns Linsen und Spitzle.